Ich bin Jutta Armbruster-Oberdorfer, ich bin 45 Jahre alt und bin die Geschäftsführerin der Armbruster Backshop GmbH. Mein Name ist Severin Oberdorfer, ich bin hier im Haus in der Geschäftsleitung tätig, wir sind ein Familienunternehmen, ein reiner Familienverbund. 1906 wurde von Andreas Armbruster die erste Bäckerei hier im Ortskern gegründet und es war damals ein einfaches Bauerngehüft mit Brotverkauf. So hat es angefangen, wurde dann über die Jahre weiterentwickelt und 1969 ging dann mein Schwiegervater mit seiner Frau hier auf die grüne Wiese und hat die erste Großbäckerei entstehen lassen. Wir sind jetzt in der vierten Generation, meine Frau und ich haben jetzt mehr oder minder das Ruder übernommen. Und aus der Bäckerei von 1906 ist mittlerweile ein weltweit operierendes Backwarenunternehmen entstanden. Das soziale Engagement ist eigentlich schon immer ein Thema gewesen in der Familie, in der Firma. Wir machen sehr viele Sozialprojekte, wir unterstützen mit vielen Filialen täglich die Tafeln. Wir hatten zum Beispiel in 2011 verschiedene kleine Aktionen, wo in Pforzheim, in Karlsruhe und in Offenburg Riesenhefezöpfe verkauft wurden. Zugunsten örtlicher Projekte wie Frauenhaus, Kinderbetreuungsstädte. Ein anderes Projekt war die Unterstützung des Spastikervereins in der Ortenau. Zu den für uns interessantesten Projekten der letzten Jahre gehörten zum Beispiel die längste Kaffeetafel Deutschlands mit über 6000 Besuchern, die wir zugunsten der Welthungerhilfe in Ostafrika durchgeführt haben. Es war nicht ein Werk von nur einem Einzelnen, sondern es war wirklich ein ganz gigantisches Gemeinschaftswerk. Alle Lieferanten von uns haben mitgezogen, haben uns unterstützt, nicht nur mit Sachleistungen, auch mit Manpower. Alle haben gesagt, da wollen wir mit dabei sein. Es war einfach ein Spitzengefühl. Also es war an dem Tag schon irgendwie unbeschreibliche Stimmung auch in der ganzen Stadt. Wir haben die Möglichkeit zu helfen mit den Mitteln, die wir eben anbieten können. Und im Gegenzug erreichen natürlich auch wir eine gewisse Aufmerksamkeit. Wobei das so ein Nebeneffekt, den man gerne mitnimmt, wenn so schön heißt. Die Aktion wurde hervorragend aufgenommen, weil es war wirklich für einen guten Zweck, Gemeinschaftsgefühl auch in Offenburg herzustellen, ohne Altershintergründe, ohne Behinderungshintergründe. Es war wirklich die ganze Gesellschaft an einem Tisch. Das fand ich einmalig. Das fand ich einmalig.